Hallo und herzlich willkommen zurück bei Left-A-Low Keine Ahnung wie die Reihenfolge da ist Natürlich blöd, dass es 5 Hebel sind Das erschwert natürlich die Reihenfolge Aber nicht an Da habe ich ja hier irgendwas übersehen Ich meine Lichtspanbote Kleinen Notizzettel Das von F12 Schrank Hier rum Hier Merkwürdig, dass die Sachen auf Deutsch stehen, aber Ich habe jetzt noch was hier Ich will jetzt auch nicht ewig rum Ich habe das Gefühl, mir bleibt echt keine andere Waffe Ach so ein Zettel, steht da was drauf Gar nix Gar nix Gar nix Das ist doch scheiße Dann Dann Ich muss einfach machen Geht den als Zweiter, ist richtig? Sehe ich das richtig? Okay Der ist als Zweiter Ah Kommt der Sache doch schon näher Okay Also Bitte und ganz links Bitte S Falsch Also Jetzt müsste er kommen Ja Ja man Haben wir es doch Easy going Was? Engage Power Ist das eine Kamera? Oh fett ist das laut Alter ist das laut Die Tür So Dann gehen wir wieder zurück Zur Schule Dürfte ja Funktionieren Okay Ich hatte mir das jetzt doch etwas Schwieriger vorgestellt Aber es ist cool gemacht Es ist halt grün wert Wenn du Den richtigen Hebel an Richtiger Position ziehst Das ist halt cool Kein Problem Wir suchen auch Sparen können Einfach ausprobieren Aber egal Das hat sich ja jetzt nicht so Lang hingezogen Okay Ist das ein Nebel? Was denn? Alter Was platzst denn da so? Muss ich nochmal triggern? Das ist denn ey Ist schon Strange Jetzt müsste ich eigentlich Saft anmachen Und zwar Okay Also meine eigenen Schritte Die ich höre Ich bin mir manchmal nicht sicher Nicht da Hallo School Power Yeah Ist das manchmal laut ey Habe ich jetzt hier nur ein Ist richtig Ah Haben wir schon gelebt Okay Anscheinend sind hier Kameras Auf dem Schild Das Schild ist auch sehr Vorteilhaft angebracht Was? Polizei Absperrwand So Dann gehen wir rein Wie gesagt Wir haben ja eine SMS gekriegt Unsere Freunde Das Tor war offen Die sind reingegangen Tor wieder zu Und die sind hier drin Gefangen War so klar Erstmal hier Guns Schau Nix Dem Hallo Erstmal hier Let's play Aufnehmen Ach man hier Die Kiste Erstmal Let's play Water Note 2 So Seem to be School Strange I Schufe Button To open Main School gate This place is really Okay der Reporter war so An Hier Für seine story Obteingang war verschlossen Ein paar Schlüssel Sekretariat Sieht alles ein bisschen zu einfach aus Einbildung Ich könnte schwören jemand vor Ah es wird wohl der Hausmeister sein Haha Ob der später auch noch gelacht hat Ich weiß es nicht Weil wir sind hier nicht alleine Wurde gesagt Crisis Keine Ahnung Keine Ahnung Schulbus Jetzt auch nicht die Batterien so rausblasen Einfach Nee die Busse kann man glaube ich gar nicht Aber es ist schon Romisch dass der noch läuft Okay das ist das schwule Aber wir gucken uns erst noch mal um In dem Brief stand auch was vom Seiteneingang Seiteneingang Geste Spielplatz Kann ich hier vielleicht eine Runde Okay ich kann einfach hier durchlaufen Schaukeln Nichts Interscrew Nein danke ich will Ich guck mir hier vorn um Batterien haben wir eigentlich So nicht da sie Rausche ich die jetzt Das Spiel gefällt mir so Atmosphärisch und optisch eigentlich ganz gut Musik Auch top Steht da was Ja Drängang Okay Ich kann nur von der Seite rein War ich gerade wohl schon Ganz richtig Aber wie gesagt Es ist ein Atmosphärisches Spiel Muss einmal Ganz genau Schauen Nicht weil ich an irgendwelchen Sachen Weckern will Sachen die Spiegelverkehrt angeklebt sind Mach nur Prinzip Gehen wir vorne Zum Eingang Ach ja Dann vielleicht finden wir ja unsere Unsere Fronten Wenn wir einfach nur Angeln gehen wollen Was hier in so einer Psychoscheiße Der Schwenker hier ist Ja Ist eigentlich Fällt mir Macht Ist gut Inside Where are you guys Using the light from Some paint Painted arrows Okay wenn wir den Pfeilen voll Also sie haben Benutzen ihr Handy Also die Tasche und Lampe Nicht zu haben Man dreht schon fast leer Und Einige mal Es finden Deutsch Feuer Also Ist doch schon mal Schuhe drin Schuhe drin Es gab mal Spiele Und ich gespielt So ähnlich wie Resident Es war aber auch Deshalb konnte man bis zu Vier Leuten spielen Aber auch in der Schule Es war dann auch richtig Rossspiele mit Irgendwelchen Was dann und so Ich weiß nicht Doch Zündig Guck Glaub ich Hör Mathe Raum Hör Mathe Ich muss sagen Ich war immer ganz gut Gerne Klischee Weil Normalerweise Keiner Normalerweise Keiner Mathe mag Spitzer Erstaunlich Was leuchtet Hier noch so viel liegt Erstaunlich Ich hab grad Strom Angen In der Bude Date 1.1.2010 Mr. Kinsen Und Teacher Report Name Sam Hawks Willkommen Also Schüler Komm Komm Schüler Er braucht Mathe In der Realen Welt Das ist langweilig Wie Gibt Taschenrechner Aus Angewissen Muss ich das alles Leeren Wenn das Taschenrechner Geht So Die Lehrer Kommentar Okay Sam Okay Er Ver Ich muss noch kurz Wollt das nur überfliegen Was ich auf dem Janitor Ja Mörder war So Hausmeister Seems to have started Since him Friends had Vacation Janitor Ist okay As you will know Wasn't the janitor One Mission Sam Is one Final One Bad attitude Schlechte Einstellung Okay Ja Seine Einstellung Zumatte Ändert sich Okay Der hat also Mit dem Hausmeister Rum Kinder Getötet So Verstanden Hab Jetzt Geistert Hier noch So Freunde Hier eingeschlossen Hat Ein Reporter Der die Mittel dahinter Lassen Ist wahrscheinlich Auch Stark Von Haut Nicht Zwangsläuflich Zwangsläuflich Meister Schüler Gesessen Hat Mit dem Er 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 Einfach Sein Werk Fort Führen Was für'n Werk Wenn die Geschlossen Ist Wie viele Sich rumtreiben Haus Oh Ich hab letztes Ein Horrorspiel Angemacht War auch Ein Wichtiger Jumpscare In dem Spiel Und der Natürlich Auf War das Horrorspiel Einfach Schlecht War Setzt So Hab ich Dann Irgendwann Auch Da Gestanden Ohne Batterie Gibt's Ja Wenigst Eine Anzeige Für Batterien Mal Weg Und Dann Stand Im Dunkeln Ja Hab ich Auch Witze Gemacht Über Baunklo Und Es war Offensichtlich Das hinter Der Tür Was Ist Mach Noch Witz Drüber Mach Die Tür Auf Schreib mich zu Okay Reporter Notiz Nummer 3 Das muss Auch Schreffen Das ist Immer Zuge Er möchte Also In Security Hier oben Ja Der Reporter Hier Zettel Hinterlassen Auch Dass das Giftigen Abfall Vorgeschoben Ist Um Die Schule Zu Schließen Das In Wirklichkeit Mit Die Da Da Ist Ja Hierzu Spiegel Haben wir Nicht Geil Geil Jetzt Muss ich Die Auch Okay Verschlossene Klotür Wie gesagt Gerade Bei dem Einem Spiel Ich Weiß Nicht Mehr Das war Das war Das war Der Jumpscater Der Klo Natürlich Ja und ich musste im Spiel einen Schlüssel suchen und der war natürlich im Klo Weißt du wie lange ich da gesucht habe und im Klo nach dem Schlüssel zu gucken Abspülen hier Deswegen guck ich jetzt im Klo Einfach Lernt ja halt Sachen Welche Sachen wiederholt sich in verschiedenen Spielen Ist nun mal so Oh Ist hier weit Das ist Creepy Kerze brennen Sieht da Wo Sieht Hier Kerze brennt Ist echt merkwürdig Muss ja irgendeine angemacht haben Kerze brennt hier auch ab Sieht hier M H M Danke Spinde Du Bei Noten Highschool Ähm Wir müssen mal noch den Pfeil folgen Zu unserem Hardwork 2, 3, get back exactly und Sehr guter Harte Arbeit ist eine Zwei-Wege-Straße, ist keine Einbahnstraße Das was du Drück Einsteckst Drück Oh, bitte beruhig dich Ich wollte gerade sagen, es ist manchmal schwierig Wenn man auch Englisch spricht Weil ich nicht Als Sachen zu übersetzen auf Deutsch Geht ja mit der Zeit so ein bisschen Verloren Schwierig, wie ich das schon jetzt ein paar Mal Manchmal fehlen einfach deutschen Wörter Okay, hier hat's geklopft Oh, hat hier geklopft Was? Okay, würden sie das für dich tun? Wir wollen unsere Freunde retten Jemand weiß das Weiß das, der stellt dir das Schild hin Was würden sie das für dich auch tun? Sehen Das ist ein Text am Anfang Weiß ich jetzt nicht genau, wie das Verhältnis ist, aber Stand ja auch was mit Militär Das ist ein Text am Anfang Das ist ein Text am Anfang Der 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 Wies Stealer. Okay, Schüler. Es scheint ein guter Schüler zu sein. Was ist das, Jake? Das ist ein Schmorphing. Ich weiß nicht, ob ich ihn kennen. Geil. Was darf ich dir? Das ist ein Schmorphing. Ich weiß nicht, ob ich ihn kenn. Schmorphing. Okay. Okay. Was uns das jetzt hier... ...sagen soll mit den Schülern? Ach, dieser... ...Typ? ...Alte? Irgendwie sexistisch sein. Was hier? Ja, oder... Er ist verfolgt. Er war ja schon vor uns hier. So lauert ihr uns irgendwo auf. Ich glaub... ...auflauert uns das. Mr... ...Kindusch. Okay. Licht. Schüttelt das hier... ...im... ...Kraftwerk... ...Raum... ...gemacht haben, hab ich... Boah, wie viele Mathe-Räume gibt's denn hier... ...und mich... Schon versteckt der sich da. Da auch. Wenn uns jemand auflauert... ...und wir haben ja die Nachricht... ...er hat ja bestimmt die Pfeile gesehen. Jetzt nur mal so rumgeschwunden. Hat er ja die Pfeile bestimmt schon gesehen. Vielleicht hat er die Pfeile einfach geändert... ...um das Ziel in eine Falle zu locken. Kein von ihm. ...HIGH SCHOOL CLASS OF 2000. Sit down and lock. Don't begin. Supportable. Okay. Play aufnehmen. Okay, der... ...ist jetzt eher... ...er... ...no... ...das scheint nix... ...der Raum. Wenn man sich früher... ...als Kind... ...als Kind als... ...als ich noch zur Schule gegangen... ...dann gefreut, wenn man mal in den Computerraum... ...zuhause ja... ...undra das war... Okay, also... ...undra das war... ...undra das war... ...wann ich n Code? Haaa... ...Fuck ey... ...Agerraum. Da finden wir bestimmt ein... ...Crober... ...Brechstange... ...ein Key... ...bei so'n flacker Licht... ...da weiß ich genau, dass das... ...irgendwann ganz ausgeht. Okay... ...okay... ...we still run this hole... ...get out... ...okay, okay... ...so lange du kannst... ...der Hausmeister... ...kann auch nicht sein, ey... ...kann auch nicht sein, ey... ...wischenrechner... ...gerne... ...Okay, von wem ist das denn? Dan... ...I knew something... ...why would... ...was spukt... ...was spukt... ...oh... ...ja, da sind... ...langen Mantel... ...fragi ist, hat der was drunter... ...job... ...Pelitary man... ...kame up... ...find me... ...debeldut... ...offne... ...er weiß... ...katt... ...schnitten... ...gettingt... ...schuldig... ...gelieb den... ...schnitten... ...schnitten... ...zetteln... ...und... ...ich so ganz schlau... ...schnitten... ...sicher... ...class rules... ...respect... ...key... ...so... ...wahrscheinlich wieder... ...stellige... ...kriebe... 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 ...beschlossen... Ich weiß nicht, wie du... Okay... Keep... ...geschlossen... ...schon... Skipper... ...höre... Alter! 2... Die Esel mit Schlüsseln rumgelaufen... Er hat Schlüssel... ... zum Meister... ... ist abgeschlossen... ... ist in sein Fall... Okay, die Falle zeigen... ...der Alarm... ...lieb... ... verschlossen... ... aber ich muss man ja auch nicht... ... okay... ... 11... ... einfach genau das... ... ist wahrscheinlich eine Waschmaschine... ... bisschen... ... Giftmüll... ... ich... ... ... die Schule geschlossen wurden... ... okay... ... dafür auch dann... ... ähm... ... die Brechstange und das aufzumachen... ... Kindergarten... ... Alter... ... nicht so erschrecken... ... hier geht's ja immer noch weiter... ... Eilenfolge... ... ich geh in die komplett falsche Richtung... ... Alter... ... Vater... ... ... ist feuch... ... ... diese Taschenlampe... ... Tima... ... Tima... ... geht's dann... ... geht's... ... Treppen... ... gehen wir in die Tasche höher... ... weiter geht... ... in der nächsten Folge... ... gleich... ... tschau... ...